Hallo, ich bin Stefan Liebig, ich bin Bundestagsabgeordneter für Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee für die Berliner Linke. Und mir ist im Moment gerade ein Thema wichtig, auf das man gar nicht auf Anhieb kommen würde, nämlich der höchste Turm des Prenzlauer Bergs droht einzustürzen. Das ist der Turm der Kirche Stadtkloster Segen. Und deswegen habe ich mich an die Lottestiftung gewandt und auch an die Kulturstaatsministerin von der CDU, Monika Grütters, dass sie dort bitte helfen mögen und die gute Nachricht zu Weihnachten ist, das tun sie. Es gibt also Geld. Im Januar wird es noch ein Benefizkonzert geben mit den Prinzen, die auch wollen, dass die Kirche bestehen bleibt. Das ist mir im Moment wichtig und ich freue mich, dass wir da vorankommen.